yo leute und herzlich willkommen auf dem player sub channel ich bin euer silvie und ich fühle mich von riot angelogen es gab zwei neue updates auf dem pbe ich habe den davor nicht durchgegangen jetzt haben wir hier nochmal den neuen deswegen gehe ich zur sicherheit einfach einmal hier drauf und das sind die gesamtänderungen und ich fühle mich von riot verarscht er riot meinte eins zu eins die letzten paar patches sind auf competitive ausgerichtet ja danach wollen sie anfangen solitude zu balancen bzw generell balance ins game reinzubringen warum diese patchnodes werden worlds nicht beeinflusst kann ich verstehen natürlich will riot auch haben dass die pros zufrieden sind im competitive und auch dass die zuschauer zufrieden sind das heißt champions wie thrash wie pike wie in lee sin wie ne akalie was weiß ich auch oder irelia die sollten strong sein damit die leute sie auch spielen damit das flashy place gibt damit sich die viewer das auch angucken ne ok gucken wir mal den jetzt nach artox nichts oh gott nichts irelia nichts war da ein champion fehlt akali was macht right den ganzen tag was macht right den ganzen tag das sind doch die die teilweise größten problem champions die es gibt zumindest auf auf dem höheren edus ne ganz ehrlich leute ich weiß jetzt nicht ob ob was man auf bronze oder oder gold oder sowas dagegen spielt was super broken ist wo man sagt das muss man dürfen weil es broken ist und nicht es muss man dürfen weil ich persönlich probleme damit habe aber was tut riot was zum fake tut riot also ich würde mal gerne gerne wissen warum sie diese champions nicht nerfen ich meine irelia hat 5 movement speed verloren was die springt in marino 5000 mal q bleibt an die dran du bist tot denn da was für fünf moment speed ok ähm besonders die neueste dark harvest änderungen ist dark harvest und victor changes wir kommen dazu wenn wir bei victor sind ja also pike sind wir bereits durchgegangen kurzfassung ist pike soll mit lethality scale er soll der erste champion sein der die feld ist geld seine ist dann rations geht mit lethality seine women speed war das oder auch scale mit lethality ich habe auch seine passive nein seine passiv ist geld mit ganz normal die und seine oldie scale mit lethality ja das ist hier schön gut aber darauf kacken wie ein klein wenig ja wir haben hier noch mal dass das support item früher executen kann plus 20 pro level das ist auch nur wenn man das super dinge hat ist für supporter echt angenehm also ohne witz leute schon ab 500 hp oder so executen zu können beziehungsweise wie 600 700 macht viel aus gerade dann kennen wir den gerade wenn irgendwie mages anfangen kennenzulernen ist super nice also sporter werden sich generell darüber freuen weil es ist ganz oft so die leute one shot einfach die millions weg als supporter kannst du nicht abstaunen weil er execut zu low ist jetzt wird das damit quasi ein bisschen ausgekauen ist ziemlich schön celerity bekommt jetzt eine änderung wo ich denke boah right ist echt 3000 eq davor war es ja so moment wie jeglichen moment sie bonus wurden um zehn prozent erhöht auch schuhe ja das heißt mal kein mobis raschen sagt zehn prozent noch mal drauf geil du hast die giga mobis ja jetzt ist es so der muss wie geht um 13 prozent hoch aber es probt jetzt nicht mehr auf boots ich bin aber trotzdem der meinung dass celerity das einzige was right damit macht ist es zu sagen ey wenn du movement speed in deinem kit hast jetzt nimmst du jetzt erst recht celerity und wenn du keine movement speed hast ey jo warte mal das ist nicht geupdate das hier ist nicht geupdate verfickte scheiße okay da hat breit uns ein klein wenig getrollt dann gehen wir jetzt zu den normalen chancen es gibt halt noch mal andere es kann sein dass die hier einfach noch ein bisschen langsam waren ja aber dann geben wir hier die neusten scheiß sich also pass auf lebron damage lebron wird genervt lebron ist gerade giga busted damit ich das mal kurz angucken könnt lassen wir hier kurz die statistiken reinziehen das hier ist lebron meine freunde auf deine plus 17 prozent pick rate 51,4 prozent wurden rate und 37 prozentige bun rate das bedeutet overall ist lebron einfach zu stark ja weil sie wird oft gespielt und gewinnt viele games im normalfall ist es so wenn ein champion auch wenn er stark ist oft gespielt wird ist seine win rate trotzdem bei 50 prozent im ball aufgespielt wird ja und guckt euch mal hier die generell gesehen die win rate an sie kann das sehr hohe win rate halten dann spiked sie einmal kurz nach unten und hierin geht sie auf 100 prozent ich glaube dass das hier mal ja aber generell gesehen von den statistiken her ist lebron einfach ein super stronger champion jetzt denkt man sich bestimmt es ist wie 10 damage was macht das schon auf digga drauf geschissen so ich kann hier videos nach wunsch haben das wird aber ihren wave clear senken ich glaube wenn ich mich nicht irre es könnte sein dass mich ich bin kein blogspieler könnten das 10 damage sein die fehlen um die backline minions zu one shotten was ihnen wave clear schlechter macht und ich glaube auch dass ihre ulti mit dem normalen damage skaliert ja das heißt je mehr der mit die base gemacht ist um die ulti w bin ich mir gerade nicht ganz sicher ich bin kein blogspieler kann das was ausmachen wenn es ums one shot potenzial geht leute wir jucken schon 10 damage kill technisch wird das ihre chance und bei 1 prozent senken oder sowas ja das macht nicht so viel aus beim töten an sich leblanc würde ich immer noch umbringen aber ihr wave clear wird schwächer es könnte sogar sein dass ich vielleicht mit dem match leiser mitnehmen oder nur mal so als spontaner gedanke nur bekommt changes die ich komisch finde wenn ich ehrlich sein soll er bekommt mehr base ed was bedeutet leute trinity force ist strong auf ihm nein spaß aber klar mehr base ed bedeutet eigentlich dass trinity force und gordon und sowas besser sind ich weiß nicht mal ob sich das nun muss kaufen das wird ihnen aber in seinem early wave clear helfen besonders in kombination mit seiner passiven ist das schon gut also für jungle technisch gesehen sind das sehr starke fast 4 base ed noch mal drauf zu bekommen weil er hat ja quasi ein tiamat auf seiner passiven in kombination noch mal mit mehr attack speed womit das sehr gut auswachsen kann das hier finde ich aber sehr random dass seine bonus leben die heilung erhöht das braucht nun gar nicht also ich habe nicht das gefühl dass nun muss sustain technisch nicht gut dabei ist ich bin generell der meinung sein early jungler etwas zu helfen ist keine schlechte idee weil der ist terrible seine ehe ist terrible ja im jungle zumindest vielleicht auch einfach nur die damage von ehe auf monstern erhöhen nur mal so spontan aber ich habe das gefühl bei nun er ist kein schwacher jungler an sich nur die leute wollen ihn einfach nicht spielen ich finde ich kenne nur nur spieler die ganken euch ja die kommen mit schneeball durch die lane hauen euren flash raus zehn sekunden später sind sie wieder da wieder mit dem schneeball ich finde er hat schon starke gangs ich glaube es ist einfach nur selbe wie bei arthrox dem alten arthrox dass leute ihn einfach nur nicht spielen wollen ja trundle q das hier könnte sehr stark sein für top lane trundle der damage seiner q wird erhöht auf 20 und er bekommt noch mal 10 prozent mehr ad ratio drauf das ding ist warum ich sage dass es gut ist für top 8 trundle anstatt jungle trundle ist trundle's pillar wurde genervt und die war beim ganken sehr wichtig weil er konnte mit einem punkt in die pillar sehr viel machen sein damage wurde natürlich auch genervt die pillar ist auf top lane nicht ganz so wichtig weil trundle spieler im normalfall q into w max gehen und 20 damage mehr auf einer spambaren fähigkeit plus 10 prozent mehr ad ratio ist schon nicht bad ja victor changes ja und da muss ich sagen wie lange spieler top lane victor auf eu zumindest zwei wochen ja zwei wochen keine ahnung jetzt wird es insgesamt genervt instant gechanged denken was ist mit akali man was mit oh gott so was soll die scheiße so leute 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 passt auf mal hier ein beispiel für euch das hier das hier meine freunde ist mein freund der ohrgott der ohrgott meister fällt euch irgendwas auf relativ solide pickrate mit 30,7 prozent ist eigentlich sogar gut ich betrachte champions erst ab fünf prozent pickrate als nicht von champions sehr gute winrate und wird oft gebannt ihr habt ihr habt gefühlt in jedem zweiten bis dritten game ein ohrgott spieler bei euch der dann auch meistens die games gewinnt like what is this und das schon ist schon länger so sagen gibt schon ohrgott in dieser form anderthalb monate das sind monat anderthalb monate wird nichts gemacht jetzt ist victor stark leute ich möchte damit nicht sagen dass victor nicht verdient hat nervt zu bekommen ich bin der meinung das ist sehr interessant victor ist kein blind pick champion sondern er ist nur im richtigen matchup gut und zwar gegen mini champions die man kite technisch abusen kann ja diese dieser immobil sind ich bin auch der meinung wenn du ein mage auf die toplane hoch packt so einen normalen mage gegen den victor sonst spiel könnte der ihn nehmen weil diese art von victor will ice for gauntlet bauen kann er dann nicht machen weil er gegen ap damage spielt deswegen ja ich finde auch wie right das ganze nervt lol video hat fertig gerendert ich finde auch das ganze wie right ist noch ziemlich gut und zwar senken sie sein base damage auf q und auf ulti ja wobei ich wollte die echt hart finde mit 60 besitzt weniger und erhöhen dafür seine ap ratios das bedeutet mit entwicklos können sich freuen sie kriegen dann ziemlich guten buff aber die mich gerade raus aber die die top entwicklos werden hier hart genutzt finde ich an sich in ordnung finde ich echt an sich in ordnung ich weiß auch nicht ob man sich das ganze ausgleich wenn ich ehrlich sein soll ich konnte nein ich sag lieber nichts leute machte technisch da will ich jetzt nichts verkacken ok die changes hier hatten wir schon bereits da müssen wir nicht noch mal reden aber über das da habe ich habe ja beim letzten game gesagt ich finde das neue dark harvest zu strong der base damage ist abartig hoch im vergleich zu elektronisch gut ja der einzige unterschied ist elektroner hat weniger coolern 25 bis 20 sekunden anscheinend ist er 45 aber dieser trade-off ist es gar nicht wert ich nehme elektronische zum börsen mit und dark harvest burstet auch nur es hat einen höheren cooldown so was mich der höhere cooldown wenn ich sowas wie set spiele will ich einmal reingehen um ein gegner ins zu crushen jetzt hat rye gedacht ey fickt euch leute wir töten jetzt dark harvest also 50 base damage fand ich zu viel ja das rye am anfang auf 20 runter geht finde ich okay aber jetzt den late game der mits um 60 zu nerfen ist dann wieder doch ein bisschen viel oder so ok ich verliere auf max level 60 base damage dafür kriege ich 10 44 damage mehr pro stacks so das bedeutet ich müsste 15 stacks abholen um den damage wieder auszugleichen 15 wieder auszugleichen ich glaube ich habe in meinem artrox game obwohl ich am snowballen war das ist ganz wichtig ich bin am snowballen weil ich kann die stacks refreshen und kann mir noch mal mehrere abholen in teamfights ist das ein bisschen krass oder ich habe glaube ich 17 oder so was oder 18 ich bin mir selbst nicht ganz sicher ich würde den scaling base damage noch leicht erhöhen wenn ich ehrlich sein soll ich also testweise weil 60 zu nerfen ist viel ja vielleicht 40 40 wäre glaube ich erstmal in ordnung gewesen natürlich sollte dann halt auch dementsprechend der wert hier angepasst werden oder ich würde auch auf sechs lassen aber irgendwie ich glaube right weiß gar nicht was mit der rune machen möchten ich finde electrocute kann nicht entweder ist es so leute electrocute und dark harvest sind an sich dieselbe rune der unterschied ist einfach nur wann möchte ich mehr power haben jetzt ist das problem dadurch dass man den damage von electrocute genervt hat oder auch für den cooldown gebatht hat kann es nicht funktionieren weil jemand der börsen möchte wird sagen ich will auf börsen weil jeder der börsen möchte ist wahrscheinlich irgendeine art von assassin oder burst major oder sowas jetzt ist es so es ist entweder dark harvest generell stärker das elektrisch müll ist oder elektrisch gut ist so stark dass du dark harvest gar nicht brauchst beide runen können zusammen nicht existieren und das verstehe ich einfach nicht so das verstehe ich einfach nicht ich möchte auch das rauchen was bereit braucht das ist so angenehm aber ja leute dass ihr wasser von mir ihr könnt eure mann wie immer in die kommentare reinschreiben ich bin total verwirrt ich weiß echt nicht was ich jetzt von von wright im bezug darauf denken soll aber schon dabei sind es gab noch die anderen changes die habe ich hier völlig vergessen ja das hier wurde einfach nur nicht geupdatet besonders in bezug auf die ruhen und zwar schilder ist leute ich habe bereits gesagt ich persönlich finde schilder ist komplett broken ja das ding scheint auch nicht mal den internen huland zu haben sondern einfach nur schildere ich es gibt immer resistenzen drauf während du geschildert es gibt es 1 bis 1 bis 10 extra arme und magiere sie die wurde war so stark die die wurde war so stark so was soll er kann warum noch mal extra 1 bis 10 magiere sie aber und magiere sie der leute zion und riven ließen was weiß ich digger du kannst sogar overheal mitnehmen mit fleet footwork schild bash das schild procken durch die heilung und gegen töten so was soll die scheiße jetzt war es echt von mir ich bin da noch erst mal weg tschö tschö hau die rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal